In diesem Video zeige ich euch, wie ich seit Jahren mit einem normalen Studioblitz fotografiere, ohne mich an die 125 Sekunde halten zu müssen und ich somit außen auch mit Offenblende arbeiten kann. Ich arbeite mit einer Canon 5D Mark II, das wird aber sicherlich auch mit Nikon usw. funktionieren, konnte ich bis jetzt aber leider noch nicht testen. Was wir brauchen ist ein Systemblitz, der Highspeed Synchronisation unterstützt, also HSS. Ein Diffusor für den Systemblitz, ein Funksender- und Empfängersystem, was ihr wahrscheinlich schon haben werdet und ein Blitzschuh mit Fotozelle. Alles was ihr tun müsst ist ein Loch in den Diffusor zu bohren, wo die Fotozelle des Blitzschuhs durchpasst und das ganze zu verkleben. Anschließend packt ihr einfach den Diffusor mit Fotozelle auf euren Systemblitz und darauf montiert ihr noch euren Funksender. Die ganze Konstruktion einfach auf den Blitzschuh der Kamera befestigen. Ich arbeite schon seit Jahren mit den Illuminate Blitzen, weil die eine sehr lange Abbrennzeit haben, was eigentlich eine schlechte Eigenschaft von Blitzen ist, die uns aber für die Geschichte hier sehr zugutekommt. Hochpreisige Studioblitze, die keine Highspeed Synchronisation unterstützen, rüben sich mit einer kurzen Abbrennzeit des Blitzes. Das liegt einfach daran, dass man ja sonst mit einer 125 Sekunde keine schnellen Bewegungen einfrieren kann. Bei dieser Technik ist das aber ziemlich egal, da wir ja sowieso bis zu einer 8000 Sekunde Verschlusszeit hochgehen können und die Verschlusszeit an sich die Bewegung einfriert. Ich nutze manuelle Leistung, weil es ja nur darum geht die Fotozelle auszulösen. Je nachdem wie viel Licht durch den Diffusor auf die Fotozelle ohnehin schon durch das Tageslicht fällt, müsst ihr die Blitzleistung höher oder runter schrauben oder ihr lackiert oder dunkelt anarbeitet den Diffusor einfach ab. Die Mälkende Die Mälkische Die Mälkende Die Mälkende